so mal wieder einen kleinen einkauf in polen gemacht haben wir die strobes 90 sekunden von triplex in f2 zweimal dann die thunder cracker die in p1 mit acht kommen die packung viermal und eine trager zehn meter müsste pyromoravia sein oder so und so gut erlässt ein römisches lichter verbund in f3 300 schuss mit einer nehmen von 655 gramm 25 sekunden so das war's bis zum nächsten mal ab rein